Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir haben eine weitere Folge von Politik in 60 Minuten. Heute zur Zukunft des Ehrenamts. Ohne uns läuft hier gar nichts. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach noch einen kleinen Moment warten, weil die Teilnehmerzahlen, die erhöhen sich ja so im Laufe der Zeit. Und dann geht es gleich richtig los. Ja, meine Damen und Herren, ich fange mal an. Es ist jetzt Punkt 19 Uhr und wie Sie wissen, ist ja unser Smörebröt Koch immer dabei. Und ich wurde schon heftig gescholten von Sibu Jansen. Weil angeblich würde ich den ja immer zu kurz stellen. Also so, dass er zwei Minuten vorher klingelt. Stimmt aber gar nicht, finde ich. Stimmt wohl. Stimmt nicht. Aber gut, ich habe ihn jetzt gestellt. Und naja, gut, nach 59 Minuten, ich will ja auch noch einen Abschluss machen. Also klingelt das Ganze. Ja, meine Damen und Herren, und bevor wir loslegen, darf ich Sie wieder darauf hinweisen auf unseren F&A, ja, auf dieses Tool. Sie können also gerne wieder Ihre Fragen stellen in den Chat. Schreiben Sie. Sie können das gerne anonym tun. Wir sind ja auch parallel auf YouTube oder auch mit Namen. Ich lese das dann gerne vor, wie Sie es haben möchten. Auf jeden Fall. Ja, und dann gehen wir direkt zum Thema. Nein, wir gehen noch nicht direkt zum Thema, weil ich darf direkt noch mal darauf hinweisen. Am 2.3. haben wir die nächste Veranstaltung. Dann wiederum zu einem ganz anderen Thema, Antisemitismus, immer noch abstoßend, immer noch da. Und da haben wir den leitenden Redakteur der Geschichtsredaktion der Welt, die man ja kennt. Gut, jetzt kommen wir aber endlich mal hier zu unserem Thema, zum Ehrenamt sozusagen. Und ja, die Zivilgesellschaft, die lebt ja nun vom unentgeltlichen Engagement ihrer Bürger, eben vom Ehrenamt. Und in Deutschland engagieren sich Bürger. Und gleich in der Umfrage werden Sie mal schätzen, wie viele das eigentlich sind. Aber man kann schon sagen, mancher schöne Schein trügt doch ein bisschen und unter der Oberfläche sieht es vielleicht ganz anders aus. Und wir wollen uns heute mal wieder mit dieser Oberfläche beschäftigen. Wir wollen unter die Oberfläche gehen und wir schauen uns heute Abend an, wie eigentlich die Zukunft des Ehrenamts in Deutschland aussehen soll. Und bevor wir aber zu unserem Gast kommen, zum Julius Lang, möchte ich gerne die erste Umfrage starten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da würde ich, wie gesagt, die liebe Maria, da ist ja schon die Umfrage wunderbar. Und Sie geben einfach mal ein, was schätzen Sie denn, wie viel Prozent der Bevölkerung sind ehrenamtlich engagiert? Geben Sie einfach mal Ihr Votum ab, was glauben Sie? Und ich werde das dann auflösen. Ja, auch heute sind ja wieder neue Teilnehmer dabei. Und Sie können, aber Sie müssen nicht bei dieser Umfrage mitmachen. Es sind insgesamt drei Umfragen im Laufe dieser Sendung. Und die werden dann immer aus dem Hintergrund eingespielt. Und ja, wir sehen schon, wie sich die Zahlen langsam verändern. Ich sage, wie gesagt, noch gar nichts dazu, um keinen Tipp zu geben. Also noch ist ein bisschen Zeit. Ja, und um etwas genauer hinzuschauen, haben wir uns einen Gast eingeladen, wie gesagt. Und der Gast, Julius Lang, kommt aus der Praxis und weiß, wovon er spricht. Weil letztendlich, wir haben uns das ja, oder ich speziell, ich habe mir das ja nur angelesen. Und ja, von daher würde ich einfach mal den Julius bitten, das Projekt vorzustellen. Und du kommst von der Caritas in Köln. Aber bevor du das tust, sage ich gerade noch, das Umfrageergebnis, das ist nämlich gerade gekommen. Und ich sehe, das sieht ziemlich gut aus. Also, was schätzen Sie? Wie viel Prozent der Bevölkerung sind ehrenamtlich engagiert? 14 Prozent sagen 17 Prozent sind engagiert. 34 Prozent sagen 25 Prozent sind engagiert. 42 Prozent von Ihnen sagen 36 Prozent der Bevölkerung sind im Ehrenamt. Und 10 Prozent glauben 83 Prozent. Und jetzt löse ich das Ganze auf. Es sind 36 Prozent. Es gibt zwar unterschiedliche Studien. Es gibt auch Studien, wo das etwas höher ist. Aber ich denke, 36 ist zunächst, ich betone zunächst, eine beeindruckende Zahl. Aber ich würde gerne erst mal den Julius Lang bitten, sich vorzustellen und das Projekt. Ja, vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf. Mein Name ist Julius Lang. Ich arbeite ganz richtig beim Caritasverband für die Stadt Köln und im Projekt Ehrenamt der Zukunft. Und das Projekt Ehrenamt der Zukunft hat noch den etwas spärigen Untertitel Förderung der Selbstbestimmung und Teilhabe älterer Menschen im Veedel, also im Stadtteil. Und wir beschäftigen uns in diesem Projekt, was drei Jahre lang geht, eigentlich so mit der Frage, wie kann man ein zukünftiges Ehrenamt gestalten, was auch in Zukunft attraktiv ist für Ehrenamtliche. Schauen auf verschiedene Zielgruppen, die sich vielleicht noch nicht ehrenamtlich engagieren. Und wie können wir auch dort Ehrenamtliche gewinnen, die sich eben gerade für ältere Menschen einsetzen in unserer Gesellschaft und haben dort eine ganz tolle Kooperation auch mit der Wissenschaft. Also Wissenschaft und Praxis gehen da zusammen. Die Hochschule Düsseldorf ist da unser Partner. Da denkt man vielleicht bei Köln und Düsseldorf, das funktioniert nicht gut. Da sage ich gleich, nein, das funktioniert sehr gut. Zumindest im Karneval nicht. Und den haben wir ja heute. Bei Ehrenamt ist das was anderes. Nochmal Köln und Alav in die Runde auch, ganz klar. Genau, ganz wichtig. Ja, und genau. Und wir dürfen da jetzt auch nicht den Spaß vergessen, denke ich, bei dem Thema heute. Und wir gucken eben auch, was können spaßige, moderne Formen von Ehrenamt sein und testen da verschiedene Sachen in der Praxis aus. Und da werde ich heute auch noch mal intensiver eingehen, dann zu den bestimmten Projektideen, die wir verfolgen. Das Ganze testen wir im Rahmen auch einer Nachbarschaftshilfe, Kölsch Hetz in Köln aus. Das ist die größte Nachbarschaftshilfe vor Ort, wo ehrenamtliche Senioren in Nicht-Corona-Zeit direkt besuchen. Und da kann ich heute auch sehr gerne was erzählen, wie wir auch mit dieser Herausforderung umgehen. So, wie erst mal zu meiner Vorstellung. Ich finde es toll, dass so viele heute teilnehmen. Und ich freue mich sehr. Super. Ja, ich darf dich, lieber Sibu, auch noch mal herzlich begrüßen. Und ja, du bist ja heute mehr als unser üblicher Erklärbär, der auch noch auf die verwegensten Fragen Antwort hat. Apropos Fragen, meine Damen und Herren, wie gesagt, das hatte ich ja schon mal gesagt, Sie können also frisch frei von der Leber weg Ihre Fragen stellen. Einfach in den Chat schreiben und ich lese das vor. Was ich noch nicht gesagt habe, was das Ganze einfacher macht, schreiben Sie einfach ein S davor, wenn es für Sibu Janssen sein soll, die Frage. Schreiben Sie ein J davor, wenn das für Julius Lang sein soll. Ja, das wäre sicherlich einfacher. Jetzt darf ich das Erste vorlesen, weil das passt auch so sehr gut. Weil das ist ja nicht nur, dass Sibu Janssen dieses Thema Ehrenamt im größeren politischen Rahmen einordnen kann. Er ist ja auch selber engagiert. Ich bekomme aber von einem Zuschauer, von Rolf-Dieter Schiermeier, den Hinweis, wir sollten das doch bitte ökonomisch angehen. Äh, ökonomisch. Ökumenisch, ja. Entschuldigung, das ist was ganz anderes. Also ökumenisch angehen. Das ist natürlich völlig wahr. Jetzt haben wir einmal die Caritas, aber als hätten wir es erraten, Herr Schiermeier, Sibu Janssen ist auch noch anders engagiert. Nämlich, wobei, was machst du? Ja, hallo, erstmal schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich qualifiziere eigentlich für das Thema nichts, außer, dass ich selber mal ehrenamtlich gearbeitet habe als Pressbitter und das auch mit einer gewissen Freude gemacht habe. Also ich war tatsächlich in der evangelischen Kirche über mehrere Jahre aktiv, acht Jahre hier in Bonn bei mir in der Gemeinde, wo ich damals gewohnt habe. Und wir haben uns da um verschiedene Bereiche gekümmert, aber das werde ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher darstellen, was man da machen kann und wie das aussieht. Man kann aber von vornherein sagen, es ist nicht immer nur die reine Freude. Ja, okay. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, wir gehen das auch so an, dass wir einerseits den katholischen Part haben, in Anführungszeichen natürlich, und andererseits den evangelischen. Und das ist natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt, weil Ehrenamt bedeutet ja ganz, ganz viel. Und da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen. Ja, schauen wir mal genauer hin. Wir leben ja in einer Zeit der sehr großen Umbrüche und damit meine ich jetzt mal gar nicht dieses ewige Corona, was man schon nicht mehr hören kann, sondern ich meine den Wandel zum Beispiel der Gesellschaft insgesamt, aber auch der Interessen des Einzelnen. Und insofern würde ich die Maria im Hintergrund wieder bitten, die zweite Umfrage zu starten. Ich würde gerne Sie zu Hause am PC beziehungsweise Laptop oder dem Handy fragen. Und da ist schon die Umfrage. Was ist für Sie das größte Problem, vor dem das Ehrenamt steht? Mehrfachnennungen sind natürlich möglich. Also Sie können gerne verschiedene Sachen nennen. Ich lese sie mal vor. Einerseits Digitalisierung, soziale Medien. Oder zweitens Aussterben der engagierten Generation. Oder ist das größte Problem Nachwuchssorgen? Oder ist es der gesellschaftliche Wandel? Oder sind es andere? Wenn Sie gerne sagen möchten, Sie müssen es aber nicht, welche anderen Probleme Sie sehen, dann können Sie das gerne in den Chat schreiben, in das F&R-Tool. Und wir sehen das dann und ich werde das dann auch vorlesen. Also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommen wird, auf jeden Fall. Und ja, Julius, wir gehen aber schon mal zu dem einen Thema, was sicherlich auch sehr wichtig ist. Das ist ja quasi ein Megathema. Das beherrscht die ganze Gesellschaft, Digitalisierung. Und da kommen wir ja jetzt seit Corona sowieso nicht mehr dran vorbei. Aber das ist ja nicht nur ein Thema seit Corona. Das war ja durchaus auch schon vorher da. Aber Digitalisierung im Ehrenamt, wie kann ich mir das konkret überhaupt so vorstellen? Wie ist das zu spüren? Also es ist wahrnehmbar für uns, dass Digitalisierung in den letzten Jahren immer mehr eine Rolle spielt, weil es den Lebensalltag der Menschen prägt. Ganz persönlich von mir, aber auch von anderen. Und deswegen heißt es auch, das betrifft den Lebensalltag aller Menschen, auch der Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Und es ist zu spüren, dass sich Leute zum Beispiel über Ehrenamt digital informieren oder auch mehr Beteiligung wünschen. Es gibt ja auch digitale Ehrenämter. Und das Ganze ist was, wo auch ein Verband wie jetzt der Caritasverband und auch andere Verbände ganz unabhängig auch welche Konfessionen draufschauen müssen, was macht diese Lebenswelt aus, wo Digitalisierung stattfindet. Ganz konkret bei uns sind wir zum Beispiel im Projekt den Schritt gegangen, dass wir mit Ehrenamtlichen zusammen mit jungen Ehrenamtlichen ein Ehrenamt aufgebaut haben, was einen Instagram-Kanal für unsere Nachbarschaftshilfe aufbaut, wo die ehrenamtlichen Inhalte, also Content entwickeln und jeder sich einbringen kann, wie er will. Und gerade das Digitale kann eben auch eine Möglichkeit sein, dass man sich in einem sozialen Bereich in einer anderen Form organisiert, dass man Absprachen trifft. Jetzt in der Corona-Zeit natürlich spielt das Ganze noch eine größere Rolle, da direkte Begegnungen nicht in der Form so einfach stattfinden können. Und zum Beispiel bei Coach Heads ist es so, in der Nachbarschaftshilfe, dass die Ehrenamtlichen sich austauschen digital, zum Beispiel über jetzt so eine Videoplattform wie Zoom oder MS Teams. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Und gerade die jüngere Zielgruppe spricht man darüber an, aber man merkt auch bei den älteren Menschen oder auch bei eigentlich allen Menschen, dass das zunehmend Thema wird, dass Senioren zum Beispiel mit ihren Enkeln per Videotelefonie unterwegs sind und auch ein Ehrenamt digital funktionieren kann. Aber ich werde nachher noch mal was dazu sagen. Ich bin ganz klar der Meinung, dass es direkte Begegnung nicht ersetzt, aber es kann eine sinnvolle Ergänzung sein. Ja, also zu der Umfrage und da wurde ich darauf hingewiesen von einer Teilnehmerin. Sie haben natürlich recht, also bitte nicht in den Chat schreiben, sondern im F&A-Tool, das meinte ich natürlich. Also ich habe mich da vollkommen falsch ausgedrückt. Vielen Dank noch mal für den Hinweis. Ja, gehen wir mal zu dem Ergebnis der Umfrage Nachwuchssorgen. Das ist das Problem Nummer eins. Meinen Sie mit 59 Prozent ebenso ein wichtiges, großes Problem, der gesellschaftliche Wandel und kurz dahinter das Aussterben der engagierten Generation? Dann kommen andere Themen, da wären wir natürlich gespannt. Also Sie können das, wie gesagt, gerne ins F&A-Tool schreiben. Welche anderen Themen das Ihrer Meinung sind? Also zum Beispiel, sagt Martina David, immer mehr Vorschriften und Auflagen. Dann die Digitalisierung, sagen 22 Prozent. Also steht noch ein bisschen dahinter. Ja, bleiben wir vielleicht doch mal kurz dabei bei dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung im kirchlichen Ehrenamt, in der evangelischen Kirche. Das hätte ich fast gesagt bei den Evangelien. Ist das da ein Thema? Also zu meiner Zeit, in den Jahren zwischen 2004 und 2012 begann das ja gerade erst. Also in den acht Jahren, wo ich dabei war. Wir hatten, und das kommt auch schon ein bisschen auf die Problemlage an, ein relativ altes Presbyterium. Es waren weniger jüngere Leute. Ich gehörte mit so zwei, drei, vier anderen zu den Jüngeren. Es gab da zwar Digitalisierungsbemühungen, aber vieles wird eben da auch zentral gesteuert. Es war zum Beispiel so, dass die Webseiten der Kirchengemeinden, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber damals war es noch so, dass die halt vom evangelischen Kirchenkreis mehr oder weniger vorgegeben wurden. Und dann wurden die mit Inhalten gefüllt. Also es gab sozusagen eine einheitliche Webseite und dann klickte man sich runter. Digitalisierung war damals kein Thema. Es ging vielmehr um, oder kein wesentliches Thema, es ging um grundsätzliche Fragen. Zum Beispiel Kindergartengruppen. Es ging um die Frage, wie der Kirchengemeindeanbau finanziert wird. Es ging um die Frage, auch Kirchenasyl etc. Also das waren sehr, sehr konkrete Fragen, die in der Zeit diskutiert worden sind und die natürlich dann auch immer zu Kontroversen bei den einzelnen Mitgliedern des Presbyteriums, aber auch teilweise zwischen den Pfarrern geführt haben. War eine sehr spannende Erfahrung, aber eben auch eine, die manches Bild korrigiert hat. Ich möchte auch noch auf das eingehen, was Sie in das F&A-Tool geschrieben haben. Kevin Hoven meint, dass Zeitmangel auch ein wichtiges Problem ist bei der ganzen Sache. Ja, Julius, ich möchte aber auch noch mal auf das zurückkommen, was du gesagt hast. Menschliche Kontakte können nicht ersetzt werden. Ich meine, wie kann ich mir das auch vorstellen, jetzt so bildlich? Also Oma in Köln im Veedel kriegt vorgelesen und dann kommt der Roboter oder wie? Wird das die Zukunft sein? Nein, ich denke nicht. Also wir merken das ja gerade in dieser Phase alle. Ich glaube auch unabhängig von der Generation, dass Begegnungen und sozialer Austausch nicht in der Form von einem Roboter eins zu eins zu ersetzen sind oder in der Form von einem Videogespräch. Ja, das hat auch seinen Reiz. Das hat auch Vorteile, aber ersetzbar ist das Ganze nicht, weil wir uns nach direkter Begegnung alle sehen, denke ich. Aber ich denke, es gibt viele Ansätze, die eine Brücke sein können, auch in der Begegnung oder eben auch diese Zeit jetzt überbrücken. Wir haben tatsächlich Videotelefonie über Tablets, die wir verteilt haben, eingeführt, wo Senioren jetzt mit eben jüngeren Ehrenamtlichen, aber auch Angehörigen Kontakt halten können und die auch wirklich sehen. Und das ist was, denke ich, Wertvolles. Und das kann auch was sein, was zum Beispiel auch ein Ehrenamt und eine Beziehung aufrecht erhält. Wenn ich an meine Studienzeit denke, an Praxissemester, Auslandssemester, muss ich oft oder auch meine Freundinnen und Freunde das Ehrenamt unterbrechen oder ganz absagen oder wegen einem Umzug. Dann kann es auch was sein, was Beziehung langfristiger trägt in der Möglichkeit oder auch sich erst mal reinschnuppern und dahin bewegen. Und auch eben diese Möglichkeit, was ich vorhin gemeint habe, wir müssen ja gucken, wo sich die Ehrenamtlichen bewegen. Und wenn man Informationen sucht, sucht man heute Informationen sehr häufig übers Internet über, wo kann ich mich engagieren, wenn ich zum Beispiel neu in der Stadt bin, wenn ich jetzt neu nach Köln komme, wo kann ich mich sinnvoll einbringen, lerne noch Leute bei kennen und habe Spaß und mache eine gute Sache. Und da ist für mich aus meiner Sicht Digitalisierung nicht die Gefahr, sondern eine Chance, eine Brücke, auch zu einer echten Begegnung und eine Möglichkeit, auch Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ich möchte auch noch mal auf das eingehen, was Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in das F&A-Tool geschrieben haben, unter anderen Problemen, vor denen das Ehrenamt steht. Bianca Hufmann schreibt rechtliche Anforderungen, insbesondere im Bereich Kinder und Jugend. Und dann ein anonymer Zuschauer schreibt, Politisierung des Ehrenamtes ist ein wesentliches Problem. Ich möchte darauf eingehen noch, Sibu Jansen, jetzt sind wir ja heutzutage alle vernetzt, also du ja nicht, also so mit Social Media und so, aber ich sage mal, die normalen Menschen unter uns sind ja vernetzt und das ist ja quasi Teil des Alltags geworden. Also mal hier ein neues Profilbild auf Instagram hochladen oder was auf Facebook posten oder sich selbst mit einem Video bei TikTok inszenieren und so weiter und so fort. Würdest du sagen, Social Media ist der Tod ehrenamtlichen Engagements? Ja, finde ich es interessant, dass du sozusagen den Newspeech schon völlig übernommen hast und es als normal ansiehst, dass man auf den sogenannten sozialen Medien aktiv ist und dass das Analoge mittlerweile offensichtlich unnormal ist, die reale Begegnung. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, das Ehrenamt stirbt nicht alleine wegen der sozialen Medien. Natürlich, was wir sehen, ist sehr häufig, dass auch lange vor Corona Menschen viel weniger soziale Kontakte nach außen gepflegt haben, eben weil es Facebook gibt, weil es andere Kanäle gibt, in denen halt vorgegaukelt wird, dass man Freunde hat, dass man Kontakte hat etc. etc. Das führt also sozusagen ein Stück weit zu einer Selbstrücknahme und zu einer weniger aktiven Gesellschaft. Aber das Problem des Ehrenamtes, und das haben die Zuschauer ja auch schon gesagt, ist natürlich, dass die aktive Generation ausstirbt. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Es ist natürlich nicht so, dass die Jugend sich komplett sozusagen rauszieht, aber diese allgemein umfassenden Fragen werden weniger als wesentlich angesehen als konkrete Fragestellungen. Wobei, Sibu, da würde ich gerne mal die Frage von Rolf-Dieter Schiermeier dazwischen nehmen. Wie definieren wir eigentlich ältere Menschen? Das Ehrenamt wird doch stark von Berufstätigen ausgeübt. Ja, natürlich, das ist das eine. Also was ist älter? Älter ist wahrscheinlich all das, was eben eine Jugendliche ist. Also ich bin ja für dich auch schon älter, so gesehen mit 51. Also ich würde tatsächlich mal sagen, all diejenigen, die im Berufsleben stehen, wenn man sagt 18 bis 30, das ist so die Gruppe der Jüngeren, Jugendliche, jüngere Erwachsene, junge Erwachsene, dann könnte man sozusagen über 30 beginnt im Grunde zumindest für diese Zählung die Generation der Älteren, wobei das natürlich nicht die Senioren sind. Die Senioren beginnen so ab 60 ungefähr. Aber die Leute, die dann im Berufsleben stehen mit Anfang 30, würde bei 30 mal die Grenze setzen. Das ist dann halt sozusagen in der Hinsicht schon die ältere Generation. Die natürlich auch einen anderen kulturellen Hintergrund schon haben, anderen Erfahrungsschatz haben und all diese wunderbaren Sachen. Das heißt also, da gibt es dann, glaube ich, auch einen Bruch, wenn man Familie gründet, wenn man ein Studium abgeschlossen hat. Ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Ich möchte gerne mal an den Julius weiterleiten das, was Harti gesagt hat. Andere Probleme, hat er beschrieben, mehr ehrenamtsbedürftige Menschen. Also gerade aufgrund steigender Lebenserwartung und zunehmender Unterstützungsbedarf. Könnt ihr das in Köln auch feststellen, dass ihr immer mehr Leute habt, die eigentlich bedürftig sind, wo jemand hingehen müsste? Ich glaube, ja, aber es spielt eine Rolle natürlich die zunehmende Einsamkeit. Stichwort demografischer Wandel, dass man Kontakte, sozialen Kontakt sich danach sehnt und auch andere Lebensentwürfe, pluralistische hat und nicht vielleicht den klassischen Familienentwurf im Alter lebt und dann in einer anderen Form sich organisiert. Also da nehmen wir klar auch eine Veränderung und einen zunehmenden Bedarf wahr. Und man muss da eben Brücken bauen in ein Ehrenamt, was vielleicht auch flexible Angebote, wie ich das zu Anfang gesagt habe, macht für jüngere Menschen. Weil dieses, da will ich auch gerne darauf eingehen, dieses Thema mit der mangelnden Zeit ist auch eins, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil man häufiger, heutzutage, man darf es nicht verallgemeinern, aber vielen Mitmenschen, auch in jüngeren Generationen geht es so, dass jemand von der Wiege bis zur Bahre an einem Ort lebt und auch beruflich einen Beruf ausführt auf einer Stelle wird immer seltener. Daher ist es umso wichtiger, da auch kreative Brücken zu finden, um soziale Kontakte, um diesen Schatz an Ressourcen auch zu heben. Weil ich nehme schon auch wahr, dass Ehrenamtliche, es melden sich viele jüngere Ehrenamtliche, die sagen, ich habe zwar ein knappes Zeitbudget, ich kann mich vielleicht nicht immer einmal die Woche an einem fixen Termin engagieren, aber ich will was Soziales machen. Also ich sehe da schon enormes Engagementpotenzial und will das auch sehr positiv darstellen. Auch in der Corona-Zeit war es so, dass sich bei uns innerhalb von zwei Wochen 700 Ehrenamtliche gemeldet haben, die sich engagieren wollten mit Einkaufshilfe. Und wir haben mal einen Altersdurchschnitt berechnet. Das waren jüngere Ehrenamtliche, vorwiegend die klassischen Ehrenamtlichen, die ganz toll engagiert sind, die bei uns älter sind, also im Durchschnitt 50 aufwärts, ganz toll ergänzt haben. Und da sind auch einige dann hängen geblieben bei uns oder haben weite Interesse, sich zumindest flexibel zu engagieren. Und dieses Engagement sollte man auch wahrnehmen und nutzen, um diesen gestiegenen Bedarf zu decken. Aber das wäre genau ein Punkt, den ich eben auch beobachte. Also was man sehr deutlich sieht, ist, denke ich, dass das Engagement der jüngeren Generation für, ich sage jetzt mal, eher allgemeinere Ziele wie politische Parteien, Gewerkschaften oder auch Kirchen nachlässt. Sie greifen da ein, wo es ein konkretes Engagement gibt. Das heißt, wo es Fridays for Future, Umweltschutzbewegung, solche Sachen wie Corona-Hilfen etc. Da kann man sie durchaus motivieren. Aber ich sage mal, der große intellektuelle, ideologische Überbau, der ist ein bisschen weggebrochen. Und deshalb zieht man sich halt sozusagen auf das Konkrete zurück, wo man glaubt, da kann man unmittelbar was erreichen. Ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied noch zu meiner Generation. Wir hatten immer sozusagen auch noch ein bisschen diesen, in Anführungsstrichen, ideologischen Überbau. Deshalb sind Parteien, Kirchen oder wohin auch immer gegangen. Das hat heute viel weniger. Julius, wie macht ihr das? Also wie erreicht ihr diese jungen Menschen? Wie begeistert ihr für dieses Ehrenamt? Also ich fand das sehr interessant. Ein Zuschauer hat auch die Frage gestellt, ja, allein dieser Begriff, das Wort Ehrenamt, das ist ja ein bisschen antiquiert. Also könnte man da was anderes finden, was irgendwie ansprechender ist? Also es kommt darauf an, wie man sich selbst mit wohlfühlt und wie man sich da selbst sieht. Also ein Engagement vielleicht. Aber wenn ich an unsere jüngeren Ehrenamtlichen sehe, die sind sehr schnell zu begeistern, wenn sie genau wie Sibo das gesagt hat, konkret schnell mithelfen können bei einer Aktion auch. Ja, und da, wie gesagt, sollte man eine Brücke bauen, dass man auch weitere Möglichkeiten hat. Und wir sprechen die ganzen Menschen dort an, wo sie eben im Alltag unterwegs sind. Ja, also ob das eben Social Media ist, Instagram, Facebook oder eben an Orten vor der Corona-Zeit in Schulen, in der Uni, in Seminaren, dass man mal da reingeht und sich vorstellt. Oder auch, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die an noch informellere Orte gehen, wie mal in eine Bar oder sowas und da eine coole, kreative Postkarte hinlegen, die Lust macht, sich mal ehrenamtlich zu engagieren. Und ich denke, man muss viele Brücken bauen, wie, dass man die Möglichkeit gibt, auch mal reinzuschnuppern in ein Ehrenamt, ja, dass man vielleicht auch das Thema auch Wertschätzung nach vorne stellt. Was ich auch merke, ist ein Anschlussmotiv, also dass gerade Begegnung im Ehrenamt eine große Rolle spielt für jüngere Menschen und dann halt auch zeitgemäß auf den Punkt gebracht zu sagen, was ist die Tätigkeit und schnellen Kontakt herzustellen. Also in dieser beschleunigten Welt ist es einfach wichtig, schnell jemanden abzuholen und bei jüngeren Menschen gerade auch Verantwortung zuzutrauen. Also dass man nicht gleich sagt, ja, von oben herab, das und das sind jetzt deine Tätigkeiten, sondern jemanden erst mal zuhören, was er denn will. Ich nehme mir dafür viel Zeit am Anfang, erst mal mit Leuten zu sprechen und zuzuhören. Was haben die für eine Biografie? Was haben die denn für Vorstellungen von dem Ehrenamt? Und dann zu gucken, wie passt das gut rein? Weil das ist dann auch der beste Weg, ein kontinuierliches, beständiges Ehrenamt für Jüngere dann auch anzubieten. Ich kann da noch, ich kann noch ein Beispiel nennen für das Engagement für Jüngere. Aber nur eins, weil das fällt mir gerade ein, weil ich es gerade in dem Kontext jetzt sehr interessant fand. Nach Weihnachten hat das Landvolk im Landkreis Leer eine Weihnachtsbaum-Einsammelaktion vorgenommen. Die haben normal wie alle großen Organisationen Probleme, das Landvolk. Die kriegen kaum Nachwuchs. Bei dieser Weihnachtsbaum-Einsammelaktion waren ganz viele junge Leute aus allen Dörfern im südlichen Ostfriesland dabei. Ich habe das in der Zeitung gelesen. Und haben sich bereit erklärt, sozusagen dieses Zeug zu entsorgen und dann dazu helfen, dass das im Grunde gehackselt wird. Und dann wieder als Mull eben in den Vorgärten landet, biologischer Abbau. Da waren sie also ganz engagiert und das hat innerhalb von einem halben Tag war das alles geregelt. Ansonsten sitzen die da immer mit den gleichen Landwirten, die da schon seit 25, 30 Jahren sitzen. Also das heißt, man muss konkret an die Leute rangehen offensichtlich. Ja, Sibu, an dich die Frage, ist es richtig, früher wurden Ehrenamtler geschätzt, heute muss der Ehrenamtler aufpassen, dass er nicht das Gesetz überschreitet. Und da sind wir ja quasi bei der anderen Bemerkung, die ein Teilnehmer gemacht hat, immer mehr Auflagen, immer mehr Regeln, immer mehr Gesetze. Wie siehst du das? Natürlich sind wir in Richtung einer stärker verwalteten Welt gegangen, als das früher der Fall war. Wobei man sollte die Vergangenheit auch nicht erklären, schon Max Weber hat über die verwaltete Welt geschrieben, um 1900 rum. Was natürlich klar ist, die Anforderungen sind auch schwieriger geworden, datenschutzrechtlich, was auch bestimmte Umgangsformen miteinander angeht, etc. Ich finde das auch nicht grundsätzlich verkehrt. Ich finde, wir brauchen diese hohen Rechtsstandarts, um sozusagen auch abgesichert zu sein für die Ehrenamtler. Es hilft ja nichts, wenn man sozusagen etwas macht und am Ende stellt sich raus, es war halblegal oder gar nicht legal, sondern es geht ja darum, dass Leute, die sich engagieren, auch ein Lübsmaß an Rechtssicherheit haben. Und zur Rechtssicherheit gehört eben neben den Rechten auch die Pflichten und die Verantwortung, die man übernimmt in einem solchen Ehrenamt. Und so gesehen, ich weiß, dass das früher manchmal so ein bisschen wurschtig geregelt wurde oder so ein bisschen unter der Hand geregelt wurde. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir dann einen Schritt weiter sind, dass wir klare Voraussetzungen haben, gerade auch was Datenschutz angeht. Ja, wenn ich mich erinnere, wie früher mit Daten umgegangen wäre. Das ist sehr gut, dass du das sagst, weil auch da ist eine Frage nach dem Datenschutz, gerade jetzt in Zoom-Zeiten. Ja, also das ist natürlich eine große Frage. Gut, Zoom hat nachgebessert. Ich bin jetzt kein Experte für diese Fragen, aber Zoom hat nachgebessert. Weil es war natürlich, ich weiß, dass in meinem eigenen Bereich Universitäten durchaus eine Diskussion, können wir mit Zoom arbeiten. Lange Zeit hat man gesagt, nee, machen wir nicht. Jetzt macht man es doch, weil Zoom hat Datenschutzrechtlich nachgebessert. Aber das zeigt ja schon auch diese Debatte, dass man heute da etwas vorsichtiger, zu Recht vorsichtiger ist. Und dass man nicht mehr im Grunde die Daten wortwörtlich auf die Straße schmeißt der Leute, die engagiert sind. Oder auch der Leute, denen da geholfen wird. Also das muss man auch sagen. Und wir haben jetzt, letzter Satz, einen Riesenskandal in den Niederlanden. Da sind nämlich von dem niederländischen RKI, Robert-Koch-Institut, vergleichbar. Massiv Daten von Corona-Patienten und Leuten, die geimpft worden sind, auf der Straße gelandet, weil man die Datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht eingehalten hat. Das ist jetzt ein Riesenskandal. Und das kann natürlich nicht sein. Deshalb, also Datenschutz ist ein wichtiger Punkt. Ja, dann Julius, an dich die Frage. Dieter Baumgarte fragt, gibt es einen Überblick zu den Altersstrukturen der Ehrenamtler? Also hinsichtlich auch Berufstätige oder sind es Rentner oder Pensionäre? Oder wird das sogar nach Jahrgängen aufgeschlüsselt? Habt ihr denn das Überblick? Bei uns gibt es einen Überblick, ja. Also haben wir eine Statistik, wo wir sehen, dass gerade auch bei Kölsch-Hetzig gerade viele Pensionäre und Pensionärinnen eben engagieren. Das finde ich sehr, sehr lobenswert. Und wir sind eben dran, das auch intergenerativer zu öffnen. Ja, weil das muss man auch immer dazu sagen, es ist wichtig, dass es kein Gegeneinander oder das ist besser oder das ist schlechter. Es ist wunderbar, wenn sich so ein Team sinnvoll ergänzt durch verschiedene Generationen mit Leuten, die viel Erfahrung haben und mit welchen, die gerade neu durchstarten. Und ich will noch einen Satz sagen zu dieser Debatte mit der Bürokratie und dem Datenschutz, um da auch Ängste zu nehmen. Also meine Erfahrung in der Praxis ist es auch, Haftungsrisiken liegen eh immer beim Hauptamtlichen. Ja, also klar, wenn man grob vorsätzlich was falsch macht, klar ist es angreifbar auch als Ehrenamtlicher und ehrenamtliche Person. Aber für mich, ich stehe in der Verantwortung und das sollte auch wichtig sein. Da sollte man keine Sorge haben, dass wenn man aus Versehen mal einen Fehler macht, dass das ganz krasse Konsequenzen für einen als Ehrenamtlicher hat. Und diesen Schutz braucht es auch für Leute, um sich zu engagieren. Sibo, Frage an dich. Man hört ja in schönen Sonntagsreden ja immer quasi, ohne ehrenamtlich engagierte Menschen gibt es keine aktive Zivilgesellschaft. Ohne aktive Zivilgesellschaft gibt es keine Demokratie. Ist das so? Ja, einerseits ist das richtig. Wir brauchen Menschen, die aktiv sind, die sich zivilgesellschaftlich, bürgergesellschaftlich engagieren, die ein Stück weit auch ihre Perspektiven mit in die Gesellschaft einbringen, in die Arbeit einbringen. Das ist die eine Seite und so gesehen ist es wichtig und richtig und ich unterstütze das auch. Ich habe es ja selber auch gemacht und mache es vielleicht auch irgendwann mal wieder. Ein anderer Punkt ist, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass der Staat, die Gesellschaft, Aufgaben, die eigentlich Daseinsvorsorge betreffen, des Staates, versucht auszulagern auf dieses zivilgesellschaftliche ehrenamtliche Engagement. Und dann wird es natürlich problematisch. Das ist bei uns glücklicherweise noch nicht so massiv. Aber wenn ich mir in den USA das anschaue oder auch in Großbritannien, da wird dann halt sozusagen, weil es keinen funktionierenden Sozialstaat geht, in Obdachlosen, in Arbeitslosen keine staatliche Hilfe mehr oder nur eine minimale staatliche Hilfe garantiert. Und dann müssen sie zu evangelikalen Suppenküchen oder zu katholischen Suppenküchen etc. etc. Was natürlich teilweise auch Probleme mit sich bringt, weil ich unterstelle das jetzt nicht, aber ich weiß zum Beispiel aus evangelikalen Kreisen, die versuchen dann auch für ihre Denomination zu werben. Die sagen sehr klar, pass mal auf, ihr kriegt sozusagen die Suppe, aber es wäre natürlich toll, wenn ihr am nächsten Sonntag in unseren Gottesdienst kommen würdet. Das heißt, mit anderen Worten, der Staat verlagert auch Verantwortung. Und das hat natürlich teilweise dann auch Konsequenzen mit Maßnahmen, wo dann letztendlich Menschen möglicherweise auch ein Stück weit in eine, ja, zwangslage ist zu viel gesagt, aber in eine etwas unschöne Situation geraten, weil ein gewisser moralischer Druck aufgebaut wird. Und ich finde, der Staat hat einfach eine bestimmte Grund, Gasansfürsorge zu leisten. Und das ist der wesentliche Punkt. Und da ist man in den letzten Jahren meines Erachtens auch hier in Westeuropa, Großbritannien ganz extrem, aber auch in anderen Ländern, auch ein bisschen, naja, von abgerichtet, um es vorsichtig zu formulieren. Wir wollen ja das ehrenamtliche Engagement auch in ein bisschen größeren Kontext stellen, nämlich dem der Sozialpolitik. Und da würde ich einfach mal die Maria im Hintergrund wieder bitten, die dritte Umfrage einzuspielen. Und Sie sollen wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in einer Umfrage zu Wort kommen. Ich lese Ihnen mal vor, welcher Politikbereich ist für Sie am wichtigsten? Und hier müssen Sie sich entscheiden. Also wir haben ganz bewusst keine Mehrfachnennungen zugelassen. Die dürfen also nur für einen Bereich stimmen. Und das ist mal ganz interessant. Also einerseits haben Sie hier die Wahl zwischen Außenverteidigung, internationales Europa, haben wir jetzt einfach mal so zusammengefasst. Genau, da hebt Sibu Janssen quasi vor Freude ab. Dann er freut sich wie ein Schnitzel sozusagen. Ihren Ausdruck habe ich jetzt neu gehört. Muss ich direkt mal anbringen. Oder ist es die Umweltpolitik? Oder ist es das Thema Wirtschaft, Finanzen? Ist es das Thema Soziales für Sie? Wir lassen das jetzt mal ganz bewusst, in ganz weiten Sinne. Oder ist es vielleicht das Thema Bildung? Oder Sie können natürlich auch sagen, keiner, für mich ist etwas anders interessant. Sie können gerne wieder ins F&A-Tool schreiben, welcher Bereich das wäre. Oder Sie sagen, ich bin unentschieden, ich weiß nicht, es ist mir egal. Das können Sie gerne alles ankreuzen. Sibu Janssen, wenn ich mir das so angucke, also der Stellenwert der Sozialpolitik in der Hierarchie der Politik heute. Also machen wir es mal ganz konkret an Namen fest. Früher war das so, da gab es Norbert Blüm in der CDU. Ja, das ist der Sozialzampano der CDU sozusagen. Dann, jeder kannte den ja quasi. Es gibt bei der SPD vor allem große Gewerkschafter oder Gewerkschafterinnen. Also ich sage jetzt einfach mal Monika Wolf-Mattis als Beispiel. Die kennen ja noch viele. Oder in der FDP werden sich einige noch an Dieter Julius Kronenberg erinnern. Und heute haben wir Hubertus Heil in der SPD und sonst nichts. Und lassen die Parteien, Sibu Janssen, dieses Feld weitgehend brach? Was ist eigentlich mit der CDU, mit der FDP, mit den Grünen und der Partei, die ja eine Alternative für Deutschland sein will, angeblich? Ja gut, da könnte man jetzt natürlich ein eigenes Seminar zufüllen. Allein zur AfD und ihrer Sozialpolitik. Die Sozialpolitik der AfD ist natürlich eine vögel-nationalistische Sozialpolitik, die im Grunde, wenn sie denn existiert, wir haben das ja auf diesem Parteitag gesehen, all diejenigen ausgrenzen will, die nicht in Anführungsstrichen deutsches Blut in ihren Adern haben. So gesehen lasse ich die mal zur Seite. Ansonsten gibt es natürlich eine Partei, die explizit Sozialpolitik macht und die das auch als Schwerpunktthema hat. Das ist die Linke. In allen anderen Parteien spielt Sozialpolitik eine Rolle, ist aber tatsächlich durch zwei Faktoren in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund geraten. Das eine ist, Grüne und Sozialdemokraten können Sozialpolitik nur noch begrenzt auf ihre Fahnen schreiben, durch die Agenda 2010, damals mit Gerhard Schröder. Das muss man sehr klar sagen. Bei der CDU ist es sicherlich so, dass diese alten Sozialpolitik-Geisler-Blüm ausgestorben sind letztendlich und es ist schwierig, da auch zumindest gleichwertig charismatische Politiker zu finden. Die FDP hat nach wie vor Sozialpolitiker, aber natürlich sieht die FDP das eher stärker von der, ich sage jetzt mal, freier, marktwirtschaftlichen Perspektive auf Sozialpolitik. Das große Problem ist, und das ist der zweite Grund, den halte ich für den entscheidenden, viele Probleme, die mit der Globalisierung zusammenhängen, die mit der Zukunft zusammenhängen, der Sozialstaatlichkeit in Europa, können nicht mehr national gelöst werden, sondern man braucht eigentlich europäische Lösungen oder globale Lösungen. Der EU fehlen aber die Möglichkeiten. Gleichzeitig ist es aber so, dass klar ist, dass im Grunde der Nationalstaat alleine sozialpolitisch nicht mehr handeln kann. Was ist mit dem Mindestlohn? Wir können hier einen Mindestlohn einführen. Da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ob richtig oder falsch. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, eigentlich bräuchst du, wenn du so etwas willst, einen Mindestlohn auf europäischer Ebene. Den hast du aber nicht, weil die EU die Kompetenzen dafür nicht hat. Und das führt natürlich dazu, dass wir eine ganze Reihe von Problemen haben, die eigentlich national nicht mehr lösbar sind, die aber tatsächlich sozusagen immer noch vorgegaukelt wird, dass sie national lösbar sind. Das sehe ich als Problem an tatsächlich. Gehen wir mal zum Ergebnis der Umfrage. Sie haben sich entschieden, meine Damen und Herren, welcher Politikbereich ist für Sie am wichtigsten? Und da sagt eine relative Mehrheit, Bildung ist das Wichtigste. Also das ist auch durchaus sehr interessant. Das wäre vielleicht vor einigen Jahren noch ein bisschen anders gelaufen. Knapp dahinter, mit 29 Prozent, kommt schon die Sozialpolitik. Ansonsten, 17 Prozent sagen Umweltpolitik, 12 Prozent sagen Außenverteidigung internationales Europa und 7 Prozent sagen Wirtschaft und Finanzen und 2 Prozent sagen keiner davon. Also insofern denke ich, ist das doch recht aufschlussreich. Ich möchte aber, Julius, auch nochmal eingehen auf die Umfrage, die wir vorhin gestartet hatten. Und da haben Sie ja angekreuzt Nachwuchssorgen. Und da würde ich gerne mal fragen, also die Caritas ist ja nun doch eine relativ große und alteingesessene Organisation, also über 100 Jahre gibt sie ja. Und gibt es diese Nachwuchssorgen und in welchen Bereichen habt ihr die? Also es kommt wirklich darauf an, wo man hinschaut. Ja, also gerade im Jugendbereich haben wir ganz hervorragende Projekte, wo ob in der stationären Jugendhilfe oder auch in der mobilen offenen Jugendarbeit mit jungen Ehrenamtlichen gemeinsam was gestartet wird, so zum Beispiel auch, dass Videos gedreht werden, dass Hip-Hop-Videos gemacht werden zusammen oder Projekte, die halt sehr nah an der Lebenswelt der jungen Leute dran sind. In der Nachbarschaftshilfe haben wir punktuell auch mal Nachwuchssorgen. Ja, aber das ist ja gerade auch dann das Thema, was mein Projekt begleitet. Und da ist es eben so, dass wir verschiedene Sachen ausprobieren. Ich will noch ein praktisches Beispiel geben für ein Ehrenamt, was auch jüngere Menschen anspricht, was wir gerade umsetzen. Wir haben eine sogenannte Senioren-Rikscha jetzt in zwei Kölner Fädeln angeschafft, wo eben fahrradversierte Menschen auch gerade jeden Alters, aber auch insbesondere jüngere Menschen mit dieser Rikscha Senioren Ausflüge ermöglichen. Und das kann man ja auch einmal im Monat machen als Ehrenamtlicher oder wenn man gerade Lust hat und sich eintragen und Spaß dran haben. Und genau das ist das Thema. Ich habe das auch im F&A gesehen. Dieses Spaß haben am Ehrenamt kann, man muss sich einfach reinversetzen mit den jüngeren Menschen reden. Was macht dir Spaß? Und dann findet man schon was. Und es ist wichtig für uns alteingesessene Einrichtungen, sich auch zu hinterfragen stellen. Sind wir noch zeitgemäß aktuell mit unserem Ehrenamt unterwegs, mit unseren Angeboten? Bestehen das, was gut funktioniert, muss nicht ersetzt werden. Ja, also warum? Aber wenn man jüngere Menschen gerade bei diesen Nachwuchsproblemen geistern will, dann muss man eben auch Angebote machen, die dem Bedarf der jüngeren Menschen entsprechen. Und das kann das Ganze eben sinnvoll ergänzen. Also wird die Oma in Köln-Ehrenfeld, der wird nicht mehr nur vorgelesen, die wird jetzt auch mit der Rikscha durch ganz Ehrenfeld geführt. Seniorin. Warum nicht? Bitte was? Seniorin, nicht Oma. Ja, okay. Das war etwas despektierlich Oma zu sagen. Gut, dann sage ich Seniorin. Also wenn es dir besser gefällt. Ja, Sibu Jansen, Nachwuchssorgen. Das ist ja unser Thema jetzt. Ist das typisch vielleicht für die Gesellschaft? Also was ist mit Nachwuchssorgen bei den Kirchen, bei den Gewerkschaften, bei den Parteien? Ich habe es ja schon angesprochen. Ja, natürlich. Also wir sehen in diesen drei großen Bereichen, aber auch in den Vereinen übrigens, also wenn man mit Ausnahme einiger Sportvereine, wenn man zum Beispiel sowas wie Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr nimmt, oder wenn man andere Vereine nimmt, dass dann tatsächlich die Zahlen, das Engagement abnimmt. Man will sich nicht mehr, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, man will sich nicht mehr sozusagen festbinden in dem Kontext. Wenn ich sozusagen Mitglied bei der Feuerwehr werde, wenn ich Mitglied im Kaninchenzüchterverein werde, wenn ich Mitglied in der Partei werde, so unterschiedlich das alles jeweils ist, da ist natürlich eine Bindung dabei. Und wie Julius eben schon gesagt hat, es geht vielmehr um ein Ad-Hoc-Engagement, dass die Leute sozusagen sagen, das interessiert mich, da möchte ich sozusagen partiell mit reingehen und da möchte ich mit unterstützen, was überhaupt keine Abwirkung ist. Nicht falsch verstehen, aber es ist ein anderes Engagement als früher. Früher gab es sozusagen die Parteimitwirtschaft, die Gewerkschaftsmitgliedschaft und die wurde dann weiter vererbt, in Anführungsstrichen. So, oder es gab den Kaninchenzüchterverein oder den Brieftaubenzüchterverein, da war man Mitglied und dann wurde der Sohn oder was auch immer in der Regel auch Mitglied im Brieftaubenzüchterverein oder Kaninchenzüchterverein. Das ist heute nicht mehr so. Die Bindungen, die Ligaturen in unserer Gesellschaft sind generell sehr viel flüssiger geworden. Das hat enorme Vorteile, weil die Menschen flexibler geworden sind, weil sie in der Lage sind, sozusagen auch viel größere Auswahl zu treffen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Stück weit etwas, was Gesellschaft, naja, und das ist vielleicht der negative Aspekt, zu enormen Veränderungen letztendlich animieren müsste, um zu sehen, wie man eigentlich dieses demokratische System, darum geht es ja auch ein Stück weit, wenn man an Parteien, an Kirchen, an Gewerkschaften denkt, wie man dieses demokratische System auf Dauer auch stabilisieren kann. Und die Fliehkräfte sind das eine, die Ligaturen sind das andere und es ist im Moment noch nicht klar, in welche Richtung es geht. Und wir haben also im Moment eine sehr gemischte Bilanz, würde ich sagen. Wir haben sehr positive Aspekte dieser Auflösung der traditionellen Strukturen, aber wir haben eben auch die negativen Aspekte mit Entwurzeln und so weiter einhergehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sprecht ihr von der Caritas junge Menschen an? Also geht das alles über Social Media? Ich meine, wir kennen das Beispiel noch von früher. Da gab es beim Deutschen Roten Kreuz die Silber eine Ehrennadel. Und ja, Julius, was gibt es für euch? Kriege ich da auch eine Ehrennadel? Also bei uns gibt es keine Ehrennadel, soweit ich das weiß. Aber diese Ehrennadel gibt es wirklich noch beim Deutschen Roten Kreuz ein Zwinker. Genau, aber es gibt andere Möglichkeiten der Wertschätzung. Wertschätzung, Anerkennung, auch soziale Kontakte, das sind alles Bedürfnisse, die auch junge Menschen betreffen. Und wir bieten eben den Erfahrungsaustausch an, eben bei dieser Nachbarschaftshilfe, dass sich die Menschen austauschen können. Wir haben kostenlose Schulungen. Also das Thema auch Qualifizierung spielt eine ganz große Rolle auch für jüngere Menschen, auch in einem Ehrenamt. Dass man sagen kann, ich habe da wichtige Erfahrungen für meinen Berufsweg vielleicht auch gesammelt. Und wie läuft das jetzt konkret? Also ihr schreibt das dann auch nieder, wie so eine Art Zeugnis oder wie läuft das? Es gibt auch eben eine, ja, kein Zeugnis, eine Bestätigung über das Ehrenamt, über die Tätigkeit. Das finden wir gehört zum Standard der Wertschätzung dazu, sollte es auch dazugehören. Und eben auch dieses Thema ist auch ganz wichtig für mich persönlich. Ich habe zum Beispiel bei der Lebenshilfe in Tübingen meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht und Menschen mit Behinderung im Alltag begleitet. Und das war für mich der Weg in den Beruf als Sozialarbeiter. Ja, das kann auch wirklich was sehr Prägendes sein, jüngere Menschen. Und deswegen sollte man diesen Aspekt nicht außer Acht lassen, dass Qualifizierung auch eine große Rolle spielt. Und dann spielen natürlich auch Feste und Begegnungen eine große Rolle. Wir haben jetzt zum Beispiel in meinem Instagram-Team, von dem ich vorhin erzählt habe, als Ehrenamtliche jetzt zusammen ein digitales Weihnachtsfest gemacht, mal die ganze Arbeit zur Seite geschoben und einfach uns auch mal für unser gelungenes Jahr gefeiert zusammen. Und das sind doch die wichtigen Punkte, die ein Ehrenamt angenehm und attraktiv machen. Und eben auch die Möglichkeit von Austausch und menschlicher Nähe, die man jetzt gerade umso mehr sucht. Und ich glaube, wenn die größten Herausforderungen in hoffentlich naher Zeit rum sind, wird auch diese direkte Begegnung wieder sehr stark nachgefragt, denn auch von jüngeren Menschen ist so meine Perspektive. Die Ehrennadel gibt es übrigens auch noch bei Gewerkschaften. Mein Vater hat vor ungefähr zehn Jahren, er ist jetzt knapp fünf Jahre tot, vor zehn Jahren noch zum 50. Jahr in einer Mitgliedschaft in der IG Chemie eine goldene Ehrennadel bekommen. Das habe ich auch aufgebaut als Erbstück tatsächlich. Also gibt es auch noch woanders. Vielleicht kriegen wir irgendwann auch mal eine von der Naumann-Stiftung. Ich habe sogar keine Ehrennadel, aber ich habe einen Holzkopf für 25 Jahre Mitgliedschaft in der FDP. Holzkopf passt zu dir. Doch nicht Holzkopf, Mensch. Also, das hast du jetzt wieder extra falsch verstanden. Naja, egal. Gut, also ich möchte aber auch noch darauf eingehen, meine Damen und Herren, was Sie als weiteres wichtiges Problem benannt haben vorhin. Das ist der gesellschaftliche Wandel. Und Sibu Jansen insofern, dieser gesellschaftliche, trinke ich erst mal aus, genau. Nimm erst mal einen Schluck. Ja, dieser gesellschaftliche Wandel, also beispielsweise im Ehrenamt, machte sich ja insofern bemerkbar, ich sage mal früher, also noch eine Generation vor mir, da waren Frauen hauptsächlich Hausfrauen. Und wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann hat man sich ehrenamtlich engagiert. Heute arbeiten aber 70 Prozent der Frauen. Gesellschaftlicher Wandel, ist das ein großes Problem für Ehrenamt, für Engagement überhaupt, auch für die Partei? Nein. Also, das ist wieder so eine Frage, da kannst du natürlich je nach Perspektive darauf achten, wenn du sagst, okay, Frauen arbeiten heute zu 70 Prozent, dann ist das natürlich auf der einen Seite etwas, was vielleicht Ehrenamt für Frauen erschwert, weil sie weniger Zeit haben. Auf der anderen Seite sind natürlich die emanzipatorischen Erfolge so groß, dass Frauen viel eher als früher auch mal sich engagieren können. Überhaupt früher standen die Frauen hinter mir. Früher haben die Frauen die Kinder gehütet. Und die Männer haben das ehrenamtliche Engagement betrieben in irgendwelchen schummrigen Hinterhofkneipen mit Zigarrenrauch und ich weiß nicht was alles. Also so gesehen, das kommt darauf an, wie man sieht. Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich diesen emanzipatorischen Moment, dass Frauen sich wirklich aus dieser Rolle des Patriarchats befreit haben und heute wirklich auch Teil der Gesellschaft sind im Sinne von, dass sie an allen Aktivitäten partizipieren. Auch in einem ausreichenden Umfang kann man lange drüber diskutieren. Aber dass sie es immerhin tun und können und möglich ist, das finde ich einen Riesengewinn. Und so gesehen ist das auch ein Gewinn für das Ehrenamt. Weil die Sackgasse, in der in mancherlei Hinsicht Parteien und andere Organisationen befinden, hat ja auch damit zu tun, dass, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, viele alte weiße Männer über die Politik entscheiden, die auch Frauen mitbestimmen sollten. Und auch jüngere Leute natürlich. Immer gegen die alten weißen Männer. Naja. Ja, drei alte weißen Männer. Nein, ein nicht alter weißer Mann. Julius ist noch nicht so alt. Ich kann dazu auch was aus der Praxis sagen. Also ich will, das müsste jetzt eigentlich auch eine Frau sagen, aber ich will wirklich sagen, die Beobachtung ist bei uns, dass gerade die Frauen die tragenden Säulen in unserem Ehrenamt sind. Ja, also auch bei dem jüngeren Ehrenamt ist es so, dass wir 70 Prozent, das haben wir auch ausgewertet von diesen Menschen, die bei der Corona-Hilfe sich gemeldet haben, bei den Einkaufshilfen waren, eben Frauen. Ja, also nur mal, um das ganz klar zu machen. Und das ist auch wirklich, ich kann das nur untersprechen. Also die Entwicklung sehen wir da nicht so, dass das irgendwie dieser gesellschaftliche Wandel dazu führt, dass sich gerade Frauen nicht engagieren oder so. Ja, jetzt gibt es die Frage von Hendrikje Schürholz. Zugehörigkeit kann sich ja eben über besagte Nadeln zeigen und kann dann sogar über drei Generationen gleichzeitig in Ihren Amt gehen. Also das wird quasi weiter vererbt. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber man kann ja auch moderne Formen finden, also zum Beispiel Boni oder Abzeichen oder wie auch immer, bei Online-Spielen zum Beispiel. Denkt ihr, Julius, in der Caritas auch an solche Dinge, an modernere Formen? Modernere Formen von Wertschätzung auf jeden Fall. Da sind wir auch offen für alle Ideen, die kommen. Ja, also da bespreche ich mich auch immer mit den jüngeren Ehrenamtlichen. Was macht das Ehrenamt für euch eigentlich attraktiv? Aber es ist eigentlich nicht erstaunlich, aber die Quintessenz ist wirklich der Spaß dran, dass man einfach Spaß hat und für viele eben die Möglichkeit, sich überhaupt zu engagieren. Also diese Flexibilität, von der ich gesprochen habe, auch mal zu sagen, ich kann mich nur einmal im Monat engagieren. Und es gibt sicherlich Modelle, wo man auch irgendwelche Boni bei Spielen bekommt. Daran habe ich jetzt noch nicht gedacht. Das finde ich eine interessante Idee auf jeden Fall. Aber ja, also man muss sich ständig hinterfragen und neue Wege gehen und das nochmal kritisch nachdenken. Was macht es denn reizvoll für jemanden, sich zu engagieren? Aber ich merke tatsächlich, es kommt gar nicht darauf an, jetzt zwingend bekomme ich jetzt irgendwie Geld oder sowas, sondern wirklich dieser, ich begegne jemandem sozial, ich kann weiterhelfen, ist immer noch das Grundmotiv und nicht zwingend auch automatisch die Urkunde oder sowas, sondern wirklich, ich kann jemandem direkt helfen. Und das ist eigentlich ein sehr schöner, beruhigender Gedanke. Sibu, ich möchte gerne das weiterleiten, was Andreas Christ gesagt hat. Parteien unterscheiden sich grundlegend von anderen Organisationen. Solange die Postleitzahl entscheidender ist als der IQ, sind Parteien nicht in der Lage, Wertschätzung und Anerkennung sinnvoll zu verteilen. Und da ist es leider egal, welche man sich ansieht. Und Sibu Janz. Moin Andreas, von meiner Seite. Was meinst du, Sibu, richtig? In Teilen ja. Also es ist sicherlich so, dass Parteien auch mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben und dass es leider häufig so ist. Ich kenne auch selber Beispiele, dass nicht die qualifiziertesten Leute, sondern die, die eben aufgrund irgendeiner taktischen, strategischen Voraussetzungen unterstützt werden, geputscht werden, etc. Das ist absolut richtig. Auf der anderen Seite, es gibt immer noch sehr, sehr kompetente Politiker. Und ich tue mich immer ein bisschen, damit ich, dass alle über einen Kamm geschert werden. Also ich würde sagen, es ist sicherlich ein Punkt, dass heute Seilschaft, Netzwerke, um es vorsichtig zu formulieren, entscheidend sind. Aber auf der anderen Seite, ich sehe auch, dass es eine ganze Reihe von Politikern gibt, die hervorragend sind. Man kann ja im Einzelfall immer sagen, zu dem oder dem, was man will. Aber ich finde so ein Konstantin Kuhl eine Bereicherung im Deutschen Bundestag. Ich finde so ein Anton Hofreiter eine Bereicherung im Deutschen Bundestag. Ich finde in mancherlei Hinsicht Martin Schulz, der ja leider nicht mehr ist, ich hätte mir gewünscht, dass er eine stärkere Rolle noch spielt, eine Bereicherung. Also selbst ein Gerd Müller, alte Entwicklungshilfeminister, ist eine Bereicherung. Das heißt also, ich würde es nicht nur negativ sehen, aber es ist sicherlich auch so, das muss man dazu sagen, dass in mancherlei Hinsicht Leute, die karrieristisch gefördert werden, dass die es einfacher haben, als Leute, die wirklich kämpfen. Das ist tatsächlich leider auch eine Wahrheit. Ich möchte zum Abschluss... Aufgrund irgendwelcher Deals, die auch für die Parteibasissen nicht immer nachvollziehbar sind. Julius, ich möchte am Ende auch noch mal darauf eingehen, was auch genannt wurde in der vorherigen Umfrage. Zeit ist ein Problem. Inwiefern könnt ihr das feststellen? Also dieses, ich würde ja gerne, aber eigentlich Beruf und Familie, lassen wir echt keine Zeit, Rikscha zu fahren in ihrem Feld. Ja, also genau bei dem Beispiel ist es ja so, dass man dann sagen kann, okay, dann komm alle zwei Monate mal, trag dich ein in den Online-Kalender und fahr die Rikscha oder mach eben, aber nur, wenn es der Person auch Spaß macht und dann findet auch jemand Zeit, innerhalb von drei Monaten, sich zweimal zu engagieren bei einer Aktion. und das ist ein wichtiges Thema und, aber wir müssen die Leute auch eben abholen, die, die sagen, ich habe nicht ständig einmal die Woche Zeit zu einem fixen Termin, weil es wäre schade, dieses Engagement nicht zu ermöglichen. Sibu Janssen, zum Schluss, Zeit, fehlt uns die Zeit in dieser Gesellschaft? Jetzt mal nicht nur bezogen aufs Ehrenamt. Zeit fehlt immer, wenn ich auf meinen eigenen Terminkalender gucke, ich würde seit Jahren gerne mal einen grundlegenden Essay über die Zukunft der offenen Gesellschaften schreiben. Ich bin immer noch nicht über die ersten zwei Seiten hinaus. Das hat auch mit dem Zeitproblem zu tun und natürlich hat die Corona-Krise offensichtlich erst mal vieles verlangsamt, was vielleicht einer der Vorteile ist, dass zum Beispiel im Bereich der Ökologie, der Nachhaltigkeit da verstärkt auch positive Aspekte zu sehen sind. Auf der anderen Seite, die Arbeit ist nicht weniger geworden im Homeoffice, im Gegenteil, weil die Anforderungen sind höher und gleichzeitig soll man aber sozusagen genau das leisten, was man sonst auch immer leistet. Also Zeit ist ein Faktor, den ich tatsächlich sehe. Okay. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie wieder dabei waren und wie gesagt, beim nächsten Mal in zwei Wochen haben wir ein ganz anderes Thema, nämlich Antisemitismus. Ich hatte es am Anfang gesagt. Ja, Julius, schön, dass du da warst. Finde ich sehr gut, dass wir auch jemanden aus der Praxis haben, der uns berichten kann, was halt wirklich vor Ort passiert. Und ansonsten viel Erfolg mit Coach Hatz. Und das müssen wir vielleicht noch übersetzen, weil wir sind ja nicht alle... Kürtisches Herz. Ja, genau. Aus dem Norden. Hat er gleich verraten. Zu Karneval, ne? Genau. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Danke, fand ich auch. Und viel Spaß mit der nicht stattfindenden Nubbelverbrennung. Ja. Genau, zu Karneval. Ich darf mich, wie gesagt, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In zwei Wochen, dann am 2.3.19 Uhr sind wir wieder da für Sie. Bis dann. Alles Liebe. Ciao. Tschüss. Gesund bleiben. Tschüss, Julius. Tschüss. 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 Tschüss.